Wer sowas Schönes in Rheinland-Pfalz sehen will, der muss nach Idar-Oberstein in die Edelsteinstadt. Jeder von uns kann einen Ausflug dorthin machen. Und mindestens einmal im Jahr zieht es auch Edelsteinhändler und Juweliere aus aller Welt nach Idar-Oberstein zur großen Messe Intergem. In Corona-Zeiten ist auch dort vieles anders, aber es glitzert und es ist teuer wie eh und je. Mehr von Jochen Voss. Eineinhalb Millionen Euro kostet dieser kleine Stein. Der Paraiba Tourmalin zählt zu den begehrtesten Edelsteinen weltweit. Er kommt aus einer Mine in Mosambik, in Idar-Oberstein wurde er geschliffen. Goldschmied Guido Stroh aus Koblenz ist auf der Suche nach besonderen Steinen. Einen Tag ist er auf der Messe Intergem unterwegs, um die Steine auch tatsächlich mal in der Hand zu haben. Es ist immer wieder was anderes, wenn man die Steine live sieht, als wenn man sie auf dem Foto sieht. Und man muss sich von der Qualität überzeugen. Wir können die Qualität natürlich durchs Auge erstmal prüfen und wir vertrauen natürlich auf die Edelsteinhändler. Die Veranstalter sagen, die Intergem ist eine der ersten großen Messen im Land unter Corona-Bedingungen. Am Eingang wird geprüft, ob Besucher oder Aussteller Fieber haben. Die Gänge zwischen den Ständen wurden verbreitert. Es gibt ein Wegekonzept, damit die Besucher genügend Abstand halten können. Für die Organisatoren bedeutete das viel Arbeit. Das war sehr schwierig. Bis zur letzten Minute die Veränderung der Corona-Verordnung, das dann ständig zu korrigieren, die Aufplanung, das war schon erheblich schwieriger als sonst. Schlussendlich braucht man eine Genehmigung, das war schon ein erheblicher Druck. Die Intergem ist weltweit eine der bekanntesten Fachmessen für Edelstein und Schmuck. Normalerweise kommen rund 3500 Fachbesucher aus 25 Ländern nach Idar-Oberstein. In diesem Jahr werden es coronabedingt deutlich weniger. Es sind auch weniger Aussteller dabei. Rund 60, im vergangenen Jahr waren es mehr als doppelt so viele. Die meisten kommen dieses Mal aus Deutschland und nicht aus aller Welt. Goldschmidt Guido Stroh will auf der Messe einen speziellen grünen Stein kaufen, den er für ein Schmuckstück braucht. Er ist froh, dass die Messe trotz Corona stattfindet. Das ist sehr wichtig. Durch die Corona-Zeit hat die Schmuckbranche natürlich auch gelitten. Und die Kontakte konnten nicht gepflegt werden. Und das ist natürlich die ideale Gelegenheit dazu, die Geschäftspartner wieder zu kontaktieren und neue Geschäftspartner eventuell kennenzulernen. Das aufwendige Rahmenprogramm mit Golf-Turnier und Fachvorträgen fällt in diesem Jahr allerdings aus. Vielleicht ist es auf der nächsten Intergem ja wieder anders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017